Es ist ein Funmove Electrified S. Der Clou an dem Rad ist, dass es eigentlich gar nicht aussieht wie ein Elektrofahrrad. Mit diesem Fahrrad pendle ich zur Zeit 17 Kilometer von zu Hause zur Arbeit und am Abend wieder zurück. Der Akku steckt im Unterrohr. Das ist ein 420 Wattstunden Akku und der Motor, ein 250 Watt Elektromotor, ist hier vorne in der Radnabe vom Vorderrad. Das beste Feature an dem Rad ist der Boost Button. Er befindet sich hier vorne. Wenn man ihn hier drauf drückt, bekommt man nochmal eine Portion Extraschub. Ja, sieht ganz interessant aus. Die beiden Lichter sind direkt auch im Rahmen integriert. Hat so ein bisschen was von einer Laserkanone. Der Schloss steckt auch direkt im Rahmen und lässt sich mit einer App öffnen und schließen. Über die App kann ich auch die einzelnen Fahrmodi einstellen und das Licht an- und ausknipsen. Aussage mit dem Radnabe vom Vorderrad. Der Schloss steckt auch direkt im Rahmen. Der Schloss steckt auch direkt im Rahmen des Fahrmod集ums. Der Schloss steckt auch direkt in einem Fahrmodi. Der Schloss steckt auch direkt im Rahmen und privadraten an. Ihr könnt ihr euch wahrscheinlich auch noch einen Plan. Estabing für mich? Mehr jetzt caikan? Das ist neu.